Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Hangar Games und los geht es. Das ist hier die Map Nummer 4. Wie hab ich den Pfeil nicht mitgenommen? Warum? Sehr unschlau. Mal sehen, ob der Pfeil noch drin ist. Natürlich nicht. Was für eine dumme Frage. Wir rennen mal in die Richtung hier einfach. Einfach weg hier. Wenn wir nichts haben, dann verbissen wir uns halt. Aua. Wir gucken mal, da ist schon mal eine Kiste. Die gehört jetzt uns. Ja, hätte ich mal den Pfeil mitgenommen. Wieso ziehe ich eigentlich mein Zeug nicht an? Boah, ich bin gerade so unkoordiniert mit meiner Maus. Leckeres roh, das Fleisch. Oh, noch eine Kiste. Ach, jetzt hab ich schon vier Bögen. Nett. Kann man ja mal immer mal gebrauchen. Wer hätte nicht gern vier Bögen. Boah. Mit dem Server hier gibt's ja kein Deathmatch. Das heißt, es geht so lange, bis irgendjemand den anderen gefunden hat. Ich hoffe mal, er ratzt heute nicht ab. Das ist mir nämlich beim letzten Aufnehmen passiert. Und wollte ich aufnehmen, und dann ist der Server während der Aufnahme abgeratzt. Oh, warum hab ich einfach nur kein Schwert? Das ist doch ätzend. Ah, hier ist ein Chartning-Table. Was es aber nicht so wirklich bringt. Zumindest jetzt im Moment. Weil wir keinen... Weil ich keinen XP hab. Gehen wir mal wieder raus. Und gucken wir mal. Gehen wir hier wieder raus. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwie wieder in ein anderes Haus reinkommen. Ansonsten weiß ich eh schon, dass wir gleich tot sind. Oh, okay. Oh, Eisenschwert. Hat eine Hose. Die Frage ist nur, kommen wir hier jemals wieder raus. Ähm. Tatsache. Keine Falle. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Joa. Also dafür, dass wir am Anfang gar nichts hatten. Jetzt hier Eisenschwert und fast volle Rüstung haben. Ist das doch ganz nett. Ja. Ich sehe die Kiste. Kommen aber nicht dran. Oh, hier ist ein Jump'n'Run. Gucken wir uns da mal an. Nein. Komm, das probieren wir nochmal. Was gibt's hier zu verlieren? Hoffentlich werden wir es nicht vergiftet. Nein, super. Egal. Das ist irgendwie das Miese an rohem Hähnchen. Einfach, dass wir vergiftet werden können. Was haben wir jetzt? Salmonellen? Nein, wir haben nur Hunger. Das wäre aber auch cool, wenn man irgendwie durch große Hühnchen oder so Salmonellen kriegen könnte. Das wäre echt witzig. Ach komm, wie viele sind noch drauf? Gucken wir mal nach. Ah gut, ich hab's nicht drauf. Noch drei. Heißt also ich und noch zwei andere. Ich weiß, dieser Tim Zocker nimmt auch auf. Wie auch immer das ist. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und das auf jeden Fall VIP hier auf dem Server. Das hab ich vorhin gesehen. Beim Start. Da stand der links von mir. Money. Okay. Jetzt hab ich sogar zwei Pfeiler. Ich werd gekloppt. Oh, da kommt hier der Admin. Hallo. Autsch. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Schnell was essen. Nein. Ah, shit. Egal. Ich mein, ich hatte ein Eisenschwert und konnte es noch nicht mal ausprobieren. Ist ja toll. Da freut man sich doch. Ja. Ja, okay. Ciao, ciao. Und bye, bye. Und bis zum Zoom das nächste Mal.